das könnte sein du bist da ja ich war mir negativ land sie aber ja mann nicht wenn ich kontakt was die marx an ihren lied was auch immer noch da sind die mann über sollen einen neuen sektor erstellten können schon mal die drei systeme haben wir bitteschön genau so so konstruktion so schon mal tausend von allem bitteschön dann gehen wir mal den nächsten kolonisieren auf geht's sektoren ausbau steht an okay research completed research complete eigentlich könnte ich den ausbauen jetzt abreißen ich habe jetzt ein planet kolonisiert und tschüss es ist ein plus 3 oder 3 außenposten wo denn machen wir nicht fertig hier da ist auch noch ein außenposten wo ist denn aus posten ist doch ein planet weg mit dir ja gut den kann den kann ich dann behalte ich wo habe ich denn noch ein wo habe ich denn noch einen ich bin schon blind da oben ist einer ist klar wo ist der zweite nein ja weiß ich nicht sehe ich nicht blind kann ich ja nirgendwo nachgucken egal 9 ist plus 4 darauf geschissen wir haben zwei kolonieschiffe einmal hier ein da sind die tropisch wer ist das topisch dann gehst du einmal hierhin wahrscheinlich für die ne euro von mir aus ich würde was sagen ich mache hier den sektor ich weiß es nicht ich weiß es nicht man wird nicht mit gespielt verzieht ja mir doch egal mir doch egal ich muss mal eben so aufnahme läuft er trotzdem weiter also was soll es so ja so Vielen Dank. Hallo? Könntest du mal wieder hier was tun? Sabotage. Schon wieder. Okay. Sabotage, sagt er. Das ist frech. So. Warum ist das Bild denn gerade so groß, sehe ich gerade? Moment mal. Hä? Ups. Warum ist das Bild gerade so groß hier? Moment. Verstehe jetzt mal einer. Warum der Bild so groß gemacht hat hier? Hallo, ich will das darüber ziehen. Danke. So, jetzt aber wieder. Mein Gott. Was ist das denn gewesen? Warum hat der Bild denn so komisch gezogen? Ich hoffe nur, das war jetzt nicht so lang. Nicht von Anfang an. Hoffe ich mal. So. Ah. Da ist der TS nämlich abgeschmiert gewesen. Und ich hoffe, ich habe gerade gesehen, dass das Bild ganz schön komisch war gerade. Ich hoffe nicht, dass das die ganze Zeit war. Okay. Also das Bild von der Aufnahme, das war irgendwie verschoben, aber auch wenn. Schneide ich den Anfang halt aus, wenn das so sein sollte. Darauf geschissen. Jo. Ist doch echt. Eben. Aber jetzt geht wieder alles. TS ist da, Bild ist wieder vernünftig. Passt. Schön schön. Ich weiß auch, warum der TS weg war. Hä? Ja, weil der Server abgelaufen war. Oh. Habe ich mich gerade gesehen. Na dann. Wenn es weiter nichts ist. Ja, habe ich mir gerade gedacht, da machst du mal kurz. Eben neu. Genau. So, wo haben wir denn noch? Eine Ozeanwelt. Da glaube ich, ne? So. Das wird auch noch besetzt, äh, besiedelt. Naja. Manch natürlich. Kann man jetzt so oder so sagen? Was? Hm? Ich bin ein netter Herrscher. Ist das so? Manchmal. Ähm, wo steht denn meine Flotte? Okay. Da. Ja, ja. Ich mache wieder Minus. Ist ja gut. Auf zur Irmann. Das Übliche. Richtig. Das passt doch. Drei Sektoren habe ich. Alle laufen relativ gut. Passt. Mhm. Gut, gut. Passt. Wackelt hat Luft. Genau. So, du besiedelst mal den da bitte. Oh, ein schöner großer Planet. So, was haben wir da noch rumfliegen? Eine Wüstenwelt. Okay. Eine Wüstenwelt. Warte mal rum. Da sind auch noch Ozeanwelten. Was? Oh, Neurodoktor. Die Mensch League. Schöne Übersetzung. Muss ich hier ehrlich mal sagen. Mhm. Mhm. So, so. Und die Solianer wieder ausgebreitet. Ja. Fremd gefügelt. Mhm. So, was brauche ich denn jetzt? Eins, zwei. Mhm. Ich würde sagen, drei erstmal. Ich würde da. Mhm. Drei Ozean. Kolonieschiffe. So, Ozeanwelt. Mhm. Ja. I'll see vous. Mhm. I'll see you next time. Bye-bye. Ich würde da an with her. And I'll see you next time. Bye-bye. 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 Kolony established. Kolony established. Kolony established. Kolony established. Ja. So. What? Nee, nee, nee. Doch, doch. Colony established. Zo. Okay, no. So. What? Genau. Greift die Lieblingsgegner wieder an. Wenn es Spaß macht. Ja, wenn sie meinen. Wenn sie meinen, sollen sie mal machen. Genau. So. 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 Okay. So. 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 genau warum auch nicht immer dasselbe schwimmer machen schon ein neuer kontakt naja nach ganz rechts dann langsam fühlt sich die galaxis und um bis hin und 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 Vielen Dank.